Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist heute Samstag, der 28. März. Ich bin hier im großen Sitzungssaal des Landratsamtes. Um 10 Uhr hat hier die alltägliche Sitzung des Krisenstabes stattgefunden. Wir sind seit Montag im Vollmodus des Katastrophenfalls. Alle Stabstellen sind hier rund um die Uhr besetzt und wir müssen uns dann immer wieder abstimmen. Heute haben wir als neue Lage, dass die Zahl der Infizierten weiter ansteigt. Am Montag zu Beginn der Woche waren es 36. In der Zwischenzeit sind wir bei 79, wobei die Dunkelziffer relativ hoch ist. Wir haben in der Zwischenzeit 420 Menschen in Isolierung. Allerdings sind auch schon wieder 172 entlassen worden. Die Situation ist zurzeit nur äußerlich ruhig. Wir bereiten uns in vielen Dingen auf die Welle vor, die auf uns zukommen wird. Wir sind zum Beispiel gegenwärtig damit beschäftigt für den Fall, dass die Betten im Krankenhaus nicht mehr ausreichen werden. Und das wird der Fall sein, Zusatzbetten zu requirieren. Wir haben deswegen ein Hotel im Auge, bei dem wir die Option haben, dort Kranke unterzubringen. Mit einer Reha-Klinik sind wir in Kontakt, die uns ebenfalls dort in Betten zur Verfügung stellt. Und wir werden Seminarhäuser hier nicht konfiszieren, sondern sie werden sich für uns öffnen, um die Kranken dort unterzubringen. Gegenwärtig ist es so, dass wir vier stationäre Patienten haben, wovon zwei schwerer erkrankt sind und sie wurden nach Deckendorf verlegt. Gegenwärtig bereiten sich die Krankenhäuser auf die Situation vor. Wir werden es so machen, dass wir den Krankenhausstandort Landau nicht mit Corona-Kranken belegen. Das Personal wird dort heruntergefahren und es wird noch eine Versorgung möglich sein. Die Versorgung wird deswegen zurückgefahren, weil wir die Krankenschwestern und die Krankenpfleger und die Ärzte in Deckendorf und in Dingolfing dann brauchen, wo dann vor allen Dingen die Corona-Kranken angeliefert werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin jetzt runtergewechselt in das Untergeschoss des Landratsamtes. Wir haben hier den Katastrophenschutzraum, wo meine Mitarbeiter weiter ihre Funktionen wahrnehmen. Wir haben seit gestern eine neue Lage. Dem Landratsamt und dem Landrats sind neue Kompetenzen zugewachsen. Ich habe jetzt Herrn Dr. Lothar Witteck, einen niedergelassenen Arzt, der hervorragende Fachkenntnis hat, der frühere Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern und der Gründer des Hausarztkreises, zum Versorgungsarzt bestellt. Er wird ab kommender Woche die Aufgaben übernehmen, die mit der KV zu tun haben. Also alles mit der Nummer 116, 117. Es gibt in diesem Bereich einige Punkte, die zu optimieren sind. Und Herr Dr. Witteck hat aufgrund seiner großen Fachkenntnis und aufgrund seiner Vernetzung hier die besten Voraussetzungen, dass wir das noch besser ins Laufen bringen, als es bisher der Fall ist. Für den Bereich der Krankenhäuser machen wir uns durchaus Sorgen, weil wir annehmen, dass in den nächsten Tagen, spätestens in der übernächsten Woche, eine größere Welle auf uns hereinbricht. Wir haben bisher immer noch das Glück gehabt, dass die Kranken, die wir gehabt haben, die positiv getestet waren, zum größten Teil keine großen Symptome gezeigt haben. Wir haben auch noch keine Beatmungspatienten gehabt. Aber das wird sich jetzt relativ schnell ändern. Nicht verstehen kann ich Menschen, die sich da nicht an die Regeln halten, auch wenn ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Wir haben einen Fall in der Gemeinde Eichendorf. Da ist einer, der positiv getestet war, zu Hause ausgebrochen. Er muss erst da raus, er ist auf die Straße gelaufen, er hat ein Auto angehalten und ist dann als Hitchhiker nach Plattling mitgefahren. Das Ergebnis war, wir müssen jetzt diesen freundlichen Autofahrer testen, der hier mitgenommen worden ist und der Mann ist in ärztlicher Behandlung in Meinkoven. Ich weiß, dass die Nerven bei manchen Dingen brach liegen. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Familien, die jetzt enger zusammenrücken müssen, die jetzt vielleicht auch mitbekommen, was es heißt, mit Kindern längere Zeit zusammen zu sein. Das machen ja sonst oft nur die Lehrer mit. Und wenn man sich den ganzen Tag um die Kinder kümmern darf und das hoffentlich auch macht, ich glaube, dann bekommen wir das recht gut hin. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei den Lehrern, die Aufgaben machen, die mit ihnen in Kontakt sind. Ich habe selber einen Brief eines Schülers gelesen an seine Lehrerin. Das war irgendwo sehr, sehr anrührend und das tut auch irgendwo gut. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den Mitarbeitern der Medien bedanken, die hier immer wieder informieren und auf den neuesten Stand bringen. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen, der im Abfallbereich angesiedelt ist. Ich bin ja Vorsitzender des Abfallwirtschaftsverband, der die Abfallentsorgung für Dingolfing-Lander und für Rottal-Inn regelt. Ich musste am 19. März die Wertstoffhöfe schließen, weil viele nicht mehr besetzt werden konnten, weil Mitarbeiter erkrankt waren. Und in anderen Bereichen war die Personaldecke so dünn, dass wir auch Probleme hatten, dort einen geregelten Ablauf hinzubekommen. Die Mitarbeiter, die dort tätig sind, sind zum großen Teil auch Senioren, Rentner, die einen Zuverdienst haben. Und für sie müssen wir uns auch besonders Gedanken machen. Wir werden ab kommender Woche, vielleicht aber auch erst ab übernächster Woche, die Wertstoffhöfe sukzessive wieder öffnen. Wir werden das Personal neu strukturieren. Wir werden auch Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass die Menschen nicht so nah aufeinander sind und dann in den größeren Orten beginnend wieder schrittweise die Wertstoffhöfe öffnen. Bitte denken Sie auch daran, die Müllabfuhr funktioniert immer noch. Und Sie müssen jetzt nicht alles zu Hause rausräumen, was Sie im Garten oder im Keller haben. Machen Sie nur das, was wirklich wichtig ist. Und denken Sie auch hier, dass es noch ein Leben nach der Corona-Krise gibt. Und das wird sich hoffentlich bald wieder normalisieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass, wenn Sie Symptome verspüren, dass Sie dann den Hausarzt kontaktieren müssen und der dann das Weitere veranlasst. Wir haben seit Freitag eine mobile Teststation aufgebaut in der Nähe des BMW-Geländes, der Autobahnausfahrt Ingolfing-West. Dort werden am Morgen die vorangemeldeten Menschen getestet, die das Gesundheitsamt dort hinschickt. Es sind in der Regel Kontaktpersonen zu Menschen, die bereits infiziert sind. Und am Nachmittag testet dort die KV. Sie testet die Menschen, die von den niedergelassenen Ärzten ans Gesundheitsamt gemeldet werden und wo dann die Testung für notwendig erachtet wird. Zwei Punkte noch zum Schluss. Wir werden auch immer wieder mit Nachrichten konfrontiert, was das Landratsamt alles vorgeschrieben hat und so weiter. Zum Beispiel, dass wir einer Kette diktiert hätten, sie dürften nur noch eine Küchenrolle pro Kundschaft verkaufen. Glauben Sie mir, diese Order kommt nicht von uns, sondern die haben das selber so entschieden. Wir haben wirklich anderes zu tun, als uns um solche Dinge zu kümmern. Thema Kümmern, manche von Ihnen kümmern sich auch um mich. Die sagen, der Landrat, der schaut schlecht aus, der schaut abgespannt aus. Ja, es stimmt schon, ich komme kaum mehr zum Schlafen und zum Ausruhen auch nicht mehr. Und viele Dinge müssen einfach geregelt werden. Aber Sie können mir schon glauben, ich bin aus einem guten Holz geschnitzt und ich werde das auch durchhalten. Und ich werde alles machen, was man als Landrat machen kann. Alles Menschenmögliche. Und darum bitte ich Sie auch, halten Sie sich bitte an die Vorgaben, dass wir dieser großen Herausforderung gut begegnen können und dass wir dann im Laufe des Frühjahrs dann auch wieder andere Zeiten erleben. Ich glaube, wir spannen jetzt alle, was es bedeutet, soziale Kontakte zu haben, nach außen zu kommen, Freunde zu haben, mit Nachbarn zusammen zu sein. All das wird wieder kommen. Aber es kommt dann, wenn wir dieser Herausforderung begegnet sind. In diesem Sinne vielen Dank für Ihr Engagement, für Ihr Mitwirken und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund.